Der dritte Spieler meldet sich wieder mit einer weiteren Ausgabe von Gianna Sisters Twisted Dreams am Gamepad und kurz vor dem Ragequid, euer Paladin Fenris und ich habe keine Ahnung warum ich mir das hier noch weiter antue. Vielleicht ist es auch nicht mehr so wichtig, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ist der Weg das Ziel. Vielleicht? Oh. Okay, das könnte interessant werden, muss es nicht aber könnte. Ist mittlerweile egal jetzt hier, was ich an Zeug einsammle oder nicht. Hauptsache, ich komme im Spiel hier irgendwie weiter voran. Erreiche den nächsten Save-Point, vielleicht sogar den nächsten Level. Ich sterbe während dieser Zeit keine Skrause am Todes und nein, damit meine ich nicht am Bildschirm, sondern hier am Controller. Und ja. Oh, das wird grausam. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Oh, vielleicht doch. Grausam habe ich versprochen und grausam habe ich geliefert. Werdet Zeuge des Grausamen. Let's play. Okay. Die Grausam wird sich erst noch herausstellen. Yay. Okay. Irgendwas hier wird jetzt. Ah. Personestelle also. Ich verstehe. Immerhin. Safe-Point. Killer-Eulen. Killer-Eulen. Nicht ganz so Killer-Eulen. Okay. Gut. Hier kommen wir nicht weiter. Wobei. Nein. Hier kommen wir nicht weiter. Also erstmal die Plattform finden, um irgendwas zu aktivieren. Ah. Killer-Hasen. Danke. Ich habe mich schon gefragt, wann die nächste Gemeinheit in diesem Spiel auf mich wartet. Ah. Ernsthaft. Gut. Also. Nicht der Feuerball. Machen wir die. Ich bin mir nicht sicher, dass das jetzt hier der richtige Weg war. Nein. Natürlich war es das hier nicht. Die Version ist der Fail-Way. Nicht der High-Way, sondern der Fail-Way. Okay. Auch gar nichts Bei-Way. So, dass ich ein Hahiresrug ist. Sie müssen hier raus lassen. Ok. Das gehen wir hin. hoffentlich und ab dafür yeah welche tödlichen Gefahren werden jetzt hier auf uns no nee oder okay das Spiel will uns wirklich einfach nur umbringen okay wir kommen mal an dem Bullshit bitte vorbei ich meine ernsthaft so oh und der Killerhase der mir nein hallo ich hab noch von oben was zum warum so am Ende des Levels und meinen Nerven Zauberberg 2 Sechste kommen und 2 Sieben ist wahrscheinlich der nächste Endgegner ah what the hell Zauberberg wie zauberhaft ich könnte jetzt schon Regenbogen kotzen das wird immer mehr ein Let's Raid anstatt ein Let's Play das tut mir leid aber ich befürchte das Spiel hat dafür gesorgt wie schnell das gehen kann das mal auf ah ja genau was soll das okay jetzt will mich das Spiel ernsthaft verarschen okay 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 so So Okay Yay, Checkpoint Es scheint halt doch keiner dieser fiesen Levels zu sein Vielleicht habe ich diesen Level aber auch noch nicht richtig kennengelernt Auch eine Möglichkeit, die ich in Betracht ziehen muss Okay Okay Das sieht bis jetzt ganz gut aus Ah genau Ich habe noch keine Ahnung, was es hier mit auf sich hat Aber ich glaube, es ist nicht nett Ah Ah Ah, okay Und diesen Level tatsächlich ohne größere Schwierigkeiten überleben Das wäre doch mal eine Premiere Irgendwas lauert hier wieder Okay Okay Ich habe noch keine Ahnung, was es hier mit auf sich hat Ich schätze, es wird mich töten Ah Okay Nette Bonuspunkte Machbar Schaffbar Ah Das erinnert mich an die ersten Level Da war das auch noch so einfach Und unbeschwert Ah Aha Das fühlt sich jetzt wieder richtig an Hier stimmt die Balance irgendwie wieder Im Führigkeitsgrad Oh, er war irgendwie so zum Verzweifeln Aber das hier jetzt Das ist Okay Das war jetzt dumm Das war jetzt einfach nur dumm Oh Ich glaube Dieser Bereich hier Ist aber Fischen wie so Geheim So Sieht ganz danach aus Hey Gratispunkte Da sage ich nicht nein Safe point Oh Gott Okay Hier will mich das Spiel jetzt einfach nur quälen Das sieht ein Blinder Nur so Komm Hol's dir Hol dir den Bonus Und ich so Okay Bring it on Und das Spiel so Jetzt sieh mal Was du davon hast Ah Okay Hier fängt das Spiel wieder an In So ein bisschen So Ah Dammit Das konnte ja nicht gut gehen Nein 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 Okay Hier quält mich das Spiel wieder Alles klar Ich kann's verstehen Ich würde mich irgendwie auch quälen Wenn ich das Spiel wäre damit das ist nicht wahr und das scheiß ding habe ich auch wieder neu einsammeln jetzt komme ich mit den schaltern komplett durcheinander ja und da hat es mich wieder zerledigt aber verliert man einfach komplett den überblick hey guy I don't care die falschen knöpfe zum falschen zeitpunkt so jetzt aber ich weiß dass da unten ein savepunkt ist das sieht gut aus das auch das vielleicht nicht mehr so ganz aber egal okay this is the way you wanna play kann ich mit leben egal der erfolg gibt mir recht ist mir ganz egal ob da die punkte rechts an der seite nur waren ich habe die episode durch und das zählt das war eine der faireren levels fairer 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 wie dem auch sei allah die nirgendwo verabschiedet sich von euch für diese episode das war es von mir an dieser stelle schreibt uns in den kommentaren gebt einen daumen nach oben und abonniert uns und wir lesen sie entsprechend uns in einer der nächsten ausgaben bis dahin macht es gut danke dass ihr mir treu geblieben seid in dieser reihe ihr seid wunderbar bis dahin tschüss tschüss